Ich bin's wieder, euer Philipp. In letztem Video habe ich euch die Bullen gezeigt. In diesem Video zeige ich euch meine Mutterkühe. Die liebe ich alle und die haben alle Namen oder sind halt benannt nach einer bestimmten Eigenschaft, die die haben. Einmal haben wir so eine Fleckviehkuh, das ist halt einfach die dicke Mutti, weil sie dick ist und eine Mutti. Dann haben wir Dumbo, die hat für ihren verhältnismäßig kleinen Kopf ziemlich große Ohren und ansonsten noch so Standardnamen wie Jule. Oder wir haben auch eine, die heißt Traudel. Vielleicht kennt der eine oder andere als Charming Traudel, die hat halt genauso diesen Blick.